Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an dem Mantic am 19. Mai 2019. Ihr hört Geek Talk Daily 619 und ich wechsle jetzt ins Hochdeutsche. Lastwagen, 10.000, Online-Shopping, CO2, Gaga und Huawei. Herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Ihr dürft wahrscheinlich die fast komplette Woche nochmals Vorlieb mit mir nehmen. Da der komplette Kalender sonst nochmals hätte umgeschrieben werden und umgeteilt werden müssen, haben wir uns entschieden, dass wir den einfacheren Weg gehen und ich die Woche nochmals mache. Somit gehe ich jetzt gleich zu den Themen. Lastwagen oder LKW. Von denen gab es noch nicht so viel im Bereich Selbstfahren. Obwohl, man muss ja sagen, Tesla hat ja da was gezeigt. Ist ja gar nicht mal so lange her. Und man hat schon das ein oder andere Video gesehen. Nun ist es in Skandinavien soweit, dass das erste Unternehmen da ein bisschen was testet. Man nennt die Fahrzeuge Teapots und die haben eine Reichweite von 200 Kilometer. Einriede, das ist die Firma, die das Ganze macht. Und das passiert in Kooperation mit Schenker, Deutsche Bahn. Somit ja doch nicht ganz so ein kleiner Name und eine kleine Firma in dem Bereich. Schon spannend, was sich da tut. Vor allem wenn man bedenkt, dass in diesem, was sind es glaube ich, 26 Tonnen, die der fahren kann, genau kein Platz für einen Fahrer ist. Da vorne ist wirklich nur Technik von Nvidia und ähnliches Zeugs mit drin. Kameras sind natürlich drin, ganz viele Sensoren etc. Und das Teil fährt schön locker durch die ganze Gegend. Nötig dafür ist natürlich ein 5G-Netz und somit ein sehr, sehr schnelles und ein latenzfreies Netz. Und der Testbetrieb soll bis Ende 2020 laufen und immerhin 200 autonome Fahrzeuge sollen da auf der Strasse herumfahren. Ganz drastisch ist natürlich, was sich damit der oder die Firma dahinter verspricht, bis zu 60% Kosten senken. Dadurch, dass sie keine Dieselautos mehr haben, keine Wartung oder deutlich andere Wartung haben. Und natürlich auch die Person, die da mitfährt, die dann natürlich auch nicht mehr da ist. Schon heftig, aber ja, die Zukunft, sie kommt. Jeff Bezos arbeitet auch an der Zukunft und bietet seinen Mitarbeitern jetzt 10.000 US-Dollar, wenn man seinen Job kündigt. Gut, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das Ganze soll eine Überbrückung für drei Monate sein und funktioniert nur dann, wenn der Mitarbeiter, der eben kündigt bei Amazon, ein eigenes Business eröffnet. Und zwar nicht einfach irgendein Business, sondern ein Paket-Liefer-Service-Business. Damit möchte Amazon das Ganze, den Bereich mehr aufbauen und somit halt das Ganze auch mehr unter seiner eigenen Kontrolle haben. Wie gut, dass das Ganze ist, schlussendlich dann auch für den Mitarbeiter, der da draußen ist oder plötzlich draußen ist. Das wird sich noch zeigen, vor allem wenn man bedenkt, wie Amazon mit seinen Lagermitarbeitern umgeht. Ja, nicht ganz so ideal. Zumindest wäre da die Luft frischer und besser. Ja, Google trackt. Ein Wunder. Wer hätte das gedacht? Haben die doch erst gerade gesagt, dass sie sauberer, netter und freundlicher werden möchten und Datenschutz, joehe und so weiter. Ja, CNBC hat herausgefunden, obwohl das ja gar nicht so schwierig ist, dass da eine, in Anführungsflusszeichen, versteckte Webseite gibt, die anzeigt, was ihr alles so gekauft habt. Nämlich, wenn ihr über einen Google-Account verfügt und über die Google-Adresse auch das ganze Handling, also das Handling macht von den ganzen Online-Shops etc., dann habt ihr die Möglichkeit eben, oder dann werdet ihr getrackt, eure ganzen Einkäufe werden ausgewertet und so weiter. Google sagt zwar, dass das nicht einfließen soll in die Werbung und für die, ja, eben Tracking und so ganzen Geschichten, aber man kann es auch nicht so einfach löschen. Also es gibt da keinen Lösch-Button und genauso natürlich nicht diese Möglichkeit, die sie erst gerade vorgestellt haben, dass das automatisch gelöscht wird. Der einzige Weg, wie ihr löschen könnt, ist ganz einfach. Ihr müsst die E-Mails raussuchen, auch die, die im Archiv irgendwo liegen, seit 2012 läuft das Ganze nämlich und die löschen. Dann fällt das auch aus der Liste raus. Ziemlich umständlich, aber ja, Google. myaccount.google.com.purchase Und da findet ihr, was ihr gekauft habt. Bei mir ist eine Katze im Karton und heisst, sie haben keine Einkäufe. Ja, Google-frei, was das anbelangt. YouTube macht ziemlich viel Müll und zwar im CO2-Bereich könnte man insgesamt 300 Tonnen CO2 einsparen. Das sagen zumindest Forscher und eigentlich haben sie nicht ganz Unrecht, denn ja, Google liefert sehr viel aus. Man munkelt ja, dass das so um die 40% des mobilen Traffics auf YouTube fallen, was ja brutal wäre, aber wenn ich so mich selber anschaue mit, ja, wenn ich grössere Art Dinge mache, dann sind das Netflix- oder YouTube-Streams auf dem Mobil-Device, wenn ich nicht im WLAN drin sitze. Ansonsten ist es zu vernachlässigen mit ein paar Tweets und Facebook-Posts und Insta und ein paar Live-Geschichten. Ja, und wie sollen sie sparen? Das haben die Forscher auch gleich mitgesagt. Sie sollten das Ganze quasi tracken, wenn sie merken, dass jemand Musik hört über YouTube zum Beispiel und dass sie einen Tab hinten dran auf hat, muss der ja eigentlich nicht unbedingt das Video bekommen. Da könnte man das Ganze mit ein bisschen künstlicher Intelligenz anreichen und demjenigen nur noch den Audio-Stream übertragen. Vielleicht in einer besseren Qualität, macht ja dann nicht so viel aus, aber den Ansatz, den finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn dann natürlich die künstliche Intelligenz dahinter auch sauber funktioniert und ich nicht ständig irgendwie kein Bild habe, das wäre dann anders nervig. Ja, bei Apple gibt es ja diese, oder gab es ja, da habe ich vor ein oder zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, das letzte Drohnen-Video über den Apple Park mit den Regenbogen und der grossen Bühne und da gibt es jetzt weitere Gerüchte. Ich weiss, wir machen das selten, aber heute hatte ich einfach wieder mal Lust drauf, ein bisschen was über Gerüchte zu sprechen. An der WWDC, die am kommenden Monat, schon bald, stattfinden wird, soll auf dieser Bühne anscheinend Lady Gaga und Mamunkel sogar Beyoncé, wie heisst sie, ich kann sie nicht aussprechen, die andere nette Dame, die Musik macht, auf der Bühne stehen. Und es ist nicht nur diese Regenbogen, für den Fall, dass ihr das Video oder Bilder dazu gesehen habt, diese Regenbogenbühne so ist. Es gibt auch Treppen in der Regenbogenfarbe, einige Wege sind damit eingefärbt. Man hat in der Cafeteria die ganzen Tassen so umgefärbt und die Mitarbeiter können wieder oder dürfen wieder die alten Pins tragen. Man kennt sie noch von ganz, ganz früher, als der Macintosh noch auf Classic hörte und solche Geschichten. Ach, schöne Zeiten. Oder als der Apple Rechner noch Macintosh hieß, so rum wollte ich sagen. Ja, zu guter Letzt gibt es einen Bericht von Reuters und wenn der stimmt, dann tut es gerade bald ziemlich heftig, Aua, in dieser Technikwelt. Denn Reuters hat herausgefunden oder mitbekommen, dass die Geschichte, welche, wie heisst er, der liebe Trampel, der Trump da drüben in Amerika, hat ja Huawei, ja, wie soll ich sagen, sperren lassen. Also man darf als amerikanische Firma nicht mehr mit Huawei kooperieren und mitarbeiten. Und das hat jetzt grössere Kreise gezogen und zwar soweit, dass Google seine, ja, Mitarbeit in Hardware-Sicht, aber auch aus Software-Sicht komplett per sofort beendet hat. Also in Zukunft werden sie keine, ja, wie soll ich sagen, Hilfestellung mehr beten, keine Entwicklungshilfe und auch sie nicht mehr mit einbeziehen vorab in Geschichten, die nächstens kommen werden. Das ist natürlich zum einen für Google hässlich, weil, ja, wenn dann Huawei sich entschliessen würde, da ein eigenes Betriebssystem zu nutzen, und sowas haben sie ja im Hinterkopf oder im Hinterkämmerchen besser gesagt, dann wäre auf den Schlag 17% vom Android-Markt weg. Das wäre natürlich hässlich und das könnte natürlich auch Nachahmer finden. Zum Beispiel, ja, Samsung könnte auch sagen, das machen wir doch mit. Das sind dann nochmals irgendwie etwas über 20% und dann wäre es ziemlich hässlich. Für Huawei ist es genauso hässlich, denn wenn das richtig durchgeht und so schaut es eben laut Reuters an, aus zumindest, dann, ja, verliert ihr ab sofort, wenn ihr ein Huawei-Smartphone habt, und ich habe von denen zum Beispiel viele, keine aktuelle mehr, aber einige, die Möglichkeit, an Updates zu gelangen. Ihr verliert die Möglichkeit, die Google-Dienste zu nutzen und noch viel schlimmer, ihr könnt auch keine Apps mehr runterladen, geschweige dann Updates auf die Apps, die ihr schon geladen habt und so weiter. Das wäre ziemlich, ziemlich hässlich und mal schauen, was da, ja, Huawei als nächsten Schritt eingeht und vor allem noch viel schlimmer, mal schauen, was der chinesische Staat da macht und ich hoffe nicht, dass sie zurückschießen. Ich meine, ja, mal so die ganzen Firmen, die Microsoft-Produkte produzieren, also auf Microsoft-basierten Produkten, irgendwelche Dell und Lenovo's dieser Welt, könnte man natürlich rausschmeissen aus dem Land. Das Gleiche könnte Apple passieren und Co. Und das wäre hässlich. Ich glaube, das ist ein gutes Thema, was man in der nächsten Geek Talk News, im grossen Podcast, mal ein bisschen andiskutieren könnte. Somit wäre es das für heute und da ich in Schweizerdeutsch begonnen habe, auch weil es im Grunde auch immer, sage ich wieder in Schweizerdeutsch Tschüss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, viel Erfolg und ja, wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. In dem Sinne, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.